Ich lege mich jetzt hier so rein, es ist voll gemütlich. Weil hinten ist es so kalt und vorne ist es warm. Wunderbar. Wunderbar. Oh Leila, was macht die Leila? Komm, wir gucken mal was die Leila macht. Yeah, surfer Leila, Leila! Surfen. Uh, was macht die denn? Was macht die denn? Ui, Leila, bist du getaucht? Nee, aus Versehen. Unfreiwillig. Unfreiwillig getaucht. Das sind auch so kleine Fische. Kann man die eigentlich sehen? Ui. Kann man sie sehen oder kann man sie nicht sehen? Miau. Wo ist mehr von sie, Patzi? Ganz da hinten sind sie. Nice, 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 nice. Mein Oberteil verrutscht mir andauern. Das nervt. Yeah, Lisa. Musi. Ich wälz mich hier faul im Wasser. Jetzt gehen wir nach Hause und dann müssen wir noch mal in den Luno fahren. Wir gehen jetzt auch nach Hause. Ich will auch nach Hause jetzt. Das Wasser ist kalt. Schnell weg sogar. Ganz schnell! Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Nach Hause? Ja. Ist dir auch ein bisschen kalt? Ja. Oh, mir ist auch kalt. Zeig mal, wie kalt dir ist. Was machst du denn? Nein. Nein, das machst du noch nicht. Okay. Das sieht cool aus, Lisa. So. Boing, oing, 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 oing. Das trau ich noch auf dem Aua. Boing, oing, oing. Ich guck ja, dass das gar nicht drauf ist, ne? Ich bin ja nicht doof, ne? Leila! Bleib hier! Wir gehen jetzt nach Hause. Jaaa, mach dich nackig! Yay! Immer schön nackig machen! Gib die Hose der Mama! Dann ist alles gut! Hauptsache nackt! So. Ade, du schönes Meer. Bis morgen. I love you. With all of my heart. Yes, yes, y'all.